Die Zuschauer kommen werden. Und wie sieht das Konzept so aus? Was wird da passieren? Ja, es wird immer eine Show geben, es wird vielleicht auch Stargäste geben, je nachdem, wen ich kriegen kann. Und viele Tombolas und Verlosungen und Benefitsveranstaltungen auch. Also es ist jeden Mittwoch sowieso Disco und es ist erstmal schwul-lesbisch, aber jeder nette, freundliche Heteros auch willkommen und jede Hetera natürlich auch.